Wir haben rund 10.000 Mitarbeiter. Das geht von der Spitzenmedizin im Krankenhaus oder von der Spitzenmedizin im Krankenhaus bis zur wohnortnahen Betreuung durch den Hausarzt bzw. durch den Hauskrankenpflegedienst und somit eine Betreuung um 360 Grad. Also Südtirol Sanitätsbetrieb ist für die gesamte gesundheitliche oder sprich ärztliche Versorgung der Südtiroler Bevölkerung im Lande zuständig. L'Azienda Sanitari è un'azienda che investe nei giovani, un'azienda che ti permette di crescere professionalmente, che ti dà gli strumenti per crescere e per ampliare le conoscenze e le proprie competenze, un'azienda che valorizza le professionalità e permette a chi lo vuole di raggiungere posizioni capitali. Wenn ich mich fortbilden will, dann kann ich das, ich muss es sogar. Das heißt, ich habe dort Möglichkeiten, die sich woanders nicht bieten. Und wenn jetzt dann eben noch Forschung, Innovation und Lehre dazukommen, dann gibt es auch da nochmals zusätzliche Möglichkeiten. Das heißt, Forschung, Innovation und Lehre sollen Teil der Routine werden, Teil unserer alltäglichen Tätigkeit. Der Beruf ist nicht leicht, aber sehr abwechslungsreich. Man sieht viel, man lernt auch viel. Jeden Tag während der Arbeit. Jeden Tag während der Arbeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 für diejenigen, die sich über die Sanität beschäftigen, die unser Präsident Kompac, der aktuell Assessorin der Sanität, für diese Serate zu machen. Ich möchte Ihnen ein kleines Aneddoto erzählen, zwei Minuten, zwei Minuten und zwei, fünf Jahre, habe ich angefangen, zu beurteilen, diese Anzienda Sanitaria zu beurteilen. E esattamente due mesi prima è apparso una lettera aperta sul giornale tedesco Tageszeitung, dove una vostra collega ha detto ma l'azienda sanitaria in Alto Adige non si cura minimamente di noi. Noi non sappiamo cosa si potrebbe fare in questa azienda, ma chi è questa azienda, cosa fa, cosa non fa. Qualcuno non è stato molto contento di questa lettera aperta, neanche noi per la verità, vero Josef, però abbiamo detto invece di essere scontenti invitiamo questa dottoressa e cerchiamo di capire cosa sarebbe il desiderio di questa dottoressa. E allora insieme a lei abbiamo creato questo format che oggi voi vedrete qua, questo format che è soprattutto intento a cercare di offrirvi delle possibilità. Io penso che uno dei momenti più belli della vita, proprio quando si esce dall'università o quando si è vicini alla fine dell'università, è quando si ha il mondo davanti. Il mondo davanti veramente perché sapete che siete veramente ambiti, tutti vi cercano, tutti vi faranno offerte di lavoro. Io allora ho studiato informatica e ho vissuto allora un periodo simile perché avevamo offerte di lavoro da tutte le parti del mondo. Per cui il mondo è vostro in questo momento. E una parte di questo mondo è anche l'Alto Adige. Per cui abbiamo fatto, e da voglio mi molto più soprattutto per i rappresentanti del Assurrat, grazie a Fr. Rammstein, Fr. Schmid, grazie. 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 Und was wir versucht haben als Südtirol-Sanitätsbetrieb, dass das auch nachher weitergeht, wenn Sie Fachärztin sind, wenn Sie in Südtirol arbeiten, dann sind Sie nicht auf das kleine, aber feine Land Südtirol regiert, sondern Sie können in dieses internationale Netzwerk, das uns gelungen ist, gemeinsam zu schaffen mit Partnern wie die BMU, mit Partnern wie die Charité, mit Partnern wie die Gemelli und so weiter hier einzusteigen und nicht irgendwo fernab der großen Möglichkeiten zu arbeiten, zu studieren, zu forschen. Sondern eben in einem Ambiente zu arbeiten, in einem Kreis zu arbeiten, wo diese Möglichkeiten international gegeben sind und auch für die Zukunft für Sie alle bereitstehen. Wir haben große Möglichkeiten der Weiterbildung, auch da möchte ich dem Land Südtirol danken, weil auch Universitätskliniken sehr selten das bieten können, was wir mit unserem Fonds an Aus- und Weiterbildungen zur Verfügung stellen können. Und dementsprechend glauben wir wirklich, dass wir ein interessanter Arbeitspartner, Arbeitgeber für Sie sein können. Aber genug der Worte meinerseits, Sie werden jetzt die Experten hören, die Ihnen darstellen, wie Sie in den Südtirol-Sanitätsbetrieb hineinkommen können. Gesundheitsbetrieb soll er in Zukunft heißen. Und natürlich Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen, Fragen an unsere Experten, Fragen an Ärzte, Kollegen, Fragen an den ersten Verantwortlichen, unseren Sanitätsdirektor, der Ihnen wirklich aus erfahrenem Munde erklären kann, wie andere Primare, die heute hier anwesend sind, was es heißt, dann Arzt zu sein. Und natürlich Arzt im Südtirol-Sanitätsbetrieb. Ich hoffe, Sie erfahren heute sehr viel Interessantes. Ich hoffe, Sie kommen auf die Kosten. Dankeschön, dass Sie hier die nächsten zwei Stunden mit uns verbringen sollen. Im Anschluss gibt es ja auch die Möglichkeit, gemeinsam draußen mit unseren Experten noch vertiefende Gespräche zu führen. Und natürlich ist das heute ein Auftakt, wo wir hoffen und Sie ermuntern wollen, wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben. Nicht nur jetzt und heute, sondern auch in Zukunft. Dankeschön und viel Erfolg. Danke Florian für deinen Beitrag, nostro Direttore impeccabile, come sempre. Molte grazie per le tue belle parole. Parlando di team, parlando di team e parlando dei vostri studi, vorrei invitare il nostro Direttore Sanitario, Josef Wiedmann. Danke, Frau Dr. Manzini. Dankeschön für die Einladung. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, hier zu sein zu dürfen, um Sie zu begrüßen und Ihnen Informationen geben zu dürfen für unseren Gesundheitsbetrieb in Südtirol. Wir sind ein kleines Land, aber wir haben einen Gesundheitsbetrieb mit sieben Krankenhäusern, der in meinen Augen und nicht nur in meinen Augen sehr gut aufgestellt ist. Wir haben viele Möglichkeiten, um Sie auszubilden, wir haben viele Möglichkeiten, um Ihnen Arbeitsplätze zu bieten und diese Möglichkeiten möchten wir Ihnen heute anhand von Kollegen, Kollegen, die hier sind und Ihnen Ihre Bereiche vorstellen, darstellen. Ich bin bis vor zwei Jahren Primar der chirurgischen Abteilung in Brixen gewesen und ich bin ausgebildeter Allgemeinchirurg. Ich habe mit großer Freude diesen Beruf gemacht und ich möchte sagen, dass es, was mich betrifft, es wenige Berufssparten gibt, die eine so große Freude und Begeisterung mit sich bringen wie der Arztberuf. Es gibt wenige Berufe, die so eine befriedigende Tätigkeit einfordern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es auch wenige Berufe gibt, die so herausfordernd sind wie der Arztberuf. Und die beiden Dinge sind natürlich ein Stimulus für allejenigen, die diesen Weg gewählt haben. Und ich bin sehr froh, dass ich so viele von Ihnen hier sehe, die diesen Weg gewählt haben und diesen Weg jetzt als Lebensentscheidung für ihre weitere berufliche Karriere getroffen haben und eingeschlagen haben. Wir stehen heute hier, um Ihnen unseren Betrieb vorzustellen, um die Möglichkeit Ihnen vorzustellen, die Sie bei uns haben als Auszubildende, aber auch als fertige Fachärzte. Und wir haben, ich kann Ihnen garantieren, die Welt ist mittlerweile ein Zusammengewachsener und wir haben Experten und hochentwickelte Abteilungen in unserem Betrieb, die nichts zu wünschen übrig lassen. Und wir haben fast das gesamte medizinische Spektrum abgedeckt und können Ihnen daher alle Möglichkeiten bieten, die Sie für die zufriedenstellende Ausführung Ihres Berufs einfordern. Und ich beglückwünsche Sie dazu, dass Sie Ihre Studium vielleicht schon abgeschlossen haben und dass Sie sehr bald Ihre Entscheidungen treffen, welchen Fachbereich Sie wählen, um dann effektiv als Fachärzte tätig zu sein. Ich wünsche Ihnen einen sehr informativen und erfolgreichen Abend hier mit uns zusammen und übergebe jetzt wieder unseren Moderatoren das Wort. Danke, Josef. Herzlichen Dank, Dr. Wiedmann, für Ihre treffenden Worte. Es ist immer wieder schön, Sie hier zu haben. Und außerdem möchte ich alle Studierenden auch aufnehmen, Sie bitte mit Dr. Wiedmann Kontakt auf nach der Veranstaltung. Es ist immer so schön, wie Sie mit diesen jungen Leuten hier interagieren und Ihre große Erfahrung mit Ihnen teilen. Vielen herzlichen Dank. Adesso ho il grande piacere di poter dare il benvenuto al Presidente dell'Ordine dei Medici e Chirurgi e degli Odontoiatri, Dr. Claudio Volanti. Grazie per la sua preziosa disponibilità. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ringrazio per l'invito, molto gradito. Quando 30 anni fa sono venuto a lavorare in azienda sanitaria, il numero dei medici era molto ristretto. Io sono stato precettato insieme a tanti altri perché la carenza era tale per cui non si riusciva a fare un concorso, non c'era ancora chi non aveva il bilinguismo, non riusciva a cedere. E in ogni caso i posti erano tantissimi. Il lavoro si caratterizzava da un'estrema rutinarietà e molta fatica. E nel tempo, visto che i medici sono aumentati, adesso sono oltre 1.450 medici dell'azienda sanitaria, quindi il numero è aumentato, i reparti si sono, diciamo, più complessi e quindi la complicità ha portato anche una maggiore qualificazione e professionalità da parte dei medici, che hanno passato poi il periodo di grande fatica della pandemia e hanno dimostrato di essere sempre quelli che sostengono fino all'ultimo minuto la sanità altotesina. Di questo hanno avuto più o meno riconoscimenti, secondo me non adeguati a quello che hanno fatto, ma comunque il riconoscimento c'è stato nella prima parte, gli eroi dell'ospedale, dopodiché i medici vengono anche aggrediti, soprattutto nei pronto soccorsi e in altre strutture, e quindi questo diventa un problema. Gli ordini dei medici sono cambiati con la nuova legge del 2018 e hanno acquisito più competenze. Sembrava che dovessero abolire gli albi professionali, invece li hanno incrementati nelle competenze, sempre lasciando per una dimensione molto italiana, per cui i medici che fanno la specialità sono in Italia ancora degli studenti, al contrario di tutta Europa, dove sono invece dei lavoratori, come per tutte le altre branche della formazione specialistica, delle altre materie. Io credo che questo sia veramente un aspetto molto retrogrado della visione italiana, io spero che questa vada omologandosi anche con l'Europa, è comunque che i tipi di formazione diventino sempre più qualificanti, sempre più portino interesse ai giovani medici che vengono a partecipare, perché a parte la questione economica che in Alto Adige, dal punto di vista degli ospedalieri, è migliore che in altre parti d'Italia, è ancora migliore, anche se una volta lo era molto di più, il problema per cui molti medici rimarranno fino a tardi età a lavorare, è ovviamente la soddisfazione lavorativa, la soddisfazione specialistica, e questa viene data solo da un grosso interesse scientifico, dalle possibilità, e come diceva il dottor Zerze, dal fatto che uno può essere chiamato ovunque, che non ha l'obbligo e la costrizione che ha solo quel posto che si è guadagnato, ma che potrebbe girare, potrebbe trovare delle cose anche interessanti. Questo credo che sia ovviamente la sfida per il futuro, e penso che adesso anche con l'apertura dell'Università a Bolzano, con l'Università Cattolica di Roma, questo sarà sicuramente un passo avanti, perché avremmo trovato un partner che porterà una ventata di specializzazione all'interno della provincia. Invito i giovani medici a venire all'Assemblea, ogni anno facciamo un'Assemblea con il giuramento dei nuovi medici, e lo facciamo insieme con la premiazione dei 50 anni di laurea dei medici più anziani. Prima premiamo i medici anziani, e poi raccontiamo un breve curriculum di ognuno, dopodiché viene fatto il giuramento dei giovani. Viene fatto insieme. È una cosa che è risultata molto interessante per i giovani, perché hanno sentito le storie di una trentina, ventina, delle trentina di medici anziani, che hanno fatto vedere in quanti posti hanno lavorato, cosa hanno fatto, e questo secondo me è stata una grossa motivazione per capire che la professione si può cambiare, che i percorsi si possono migliorare, e questo è soddisfacente fino a tardi età. Quindi vi invito a venire numerosi quando ci sarà l'iscrizione. Grazie. Grazie dottor Volanti, ha saputo dare molti spunti, la ringrazio per tutti i contenuti. Terminata la fase dei saluti e degli in bocca al lupo, vorrei dare un po' di freschezza a questa serata, ed è con grandissimo piacere che invito sul palco la dottoressa Rita Dicenso, medico in formazione specialistica in neuropsichiatria infantile. Prego dottoressa. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie per avermi invitato a questa splendida iniziativa. Io mi chiamo Rita Dicenso e sono un medico al quarto anno di formazione specialistica in neuropsichiatria infantile. Vi racconto un po' il mio percorso. Io ho due lauree magistrali, una laurea in biotecnologie molecolari e cellulari e una laurea in medicina e chirurgia. Sono abilitata alla professione di medico dal 2017 e negli anni tra il 2017 e il 2019 ho lavorato in guardia medica e in alcune cliniche private. In questi anni ho incominciato a studiare il tedesco proprio per avere più possibilità per il mio percorso professionale e per il mio futuro lavorativo. Nel 2018 ho trascorso un mese attraverso un programma per medici presso l'ospedale di Graz. Nel 2019 ho sostenuto la prova di tedesco per il livello B2 e ho fatto uno stage presso l'Istituto Pediatrico Svizzero a Bellinzona. In questi anni ho incominciato anche a interessarmi all'Alto Adige e ho incominciato ad informarmi sulle possibilità in Alto Adige. Per questo motivo nel 2019 ho sostenuto la prova per l'accertamento delle competenze linguistiche per le professioni sanitarie qui in provincia e successivamente ho sostenuto il concorso nazionale per le specializzazioni concorrendo per le borse bolzanine. Sono risultata in una posizione idonea per cui da novembre 2019 a luglio 2022 ho svolto la prima parte del mio percorso formativo presso l'ospedale di Borgo Trento a Verona. Il mio contratto prevede che io trascorra 16 mesi del mio percorso formativo in Alto Adige e io ho deciso di ripartire questi 16 mesi in 8 mesi presso l'ospedale di Merano e 8 mesi presso l'ospedale di Bolzano. Più nello specifico ho trascorso il periodo tra luglio 2022 e febbraio 2023 presso il servizio provinciale di psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva e sono stata presso il reparto di Merano il reparto appunto di psichiatria e psicoterapia dell'età evolutiva di Merano che è un reparto che esiste da 10 anni e tra l'altro è un reparto che ha 12 dei 100 posti letto a livello nazionale per la psichiatria dell'età evolutiva. È un reparto che è stato creato 10 anni fa secondo il modello svizzero e austriaco e per quanto riguarda l'attività clinica è costantemente, l'attività del reparto è costantemente sottoposta alla supervisione dei principali esperti del mondo universitario nazionale. Dallo scorso marzo ad oggi e fino alla fine del mio percorso sono presso il servizio di neurologia e riabilitazione dell'età evolutiva presso l'ospedale di Bolzano e quindi presso il servizio di neurologia di neurologia pediatrica di neurologia dell'età evolutiva o modo di assistere al percorso di diagnosi e di trattamento farmacologico e riabilitativo di bambini e ragazzi con un'età compresa tra 0 e 18 anni. È un servizio che collabora stabilmente con la clinica neurologica pediatrica di Innsbruck con la clinica neurologica pediatrica di Datteln con l'ospedale Meyer di Firenze e con il centro di chirurgia dell'epilessia Munari di Milano. Prima di concludere faccio una piccola precisazione secondo quello che è il mio percorso secondo quella che è la mia esperienza come fare una scelta? Io ci tengo a sottolineare che il nostro è un lavoro di responsabilità è un lavoro delicato e soprattutto è un lavoro per tutta la vita quindi secondo me è importante fare una scelta sentita in base ai propri gusti in base ai propri interessi in base alle proprie motivazioni e secondo me è indispensabile non fare una scelta opportunistica e non fare una scelta di convenienza. Concludo rispondendo alla domanda perché in Alto Adige? Alto Adige significa alta qualità della vita e alta qualità del lavoro il fatto che ci sia alta qualità della vita è testimoniato ogni anno dalle varie classifiche sulla qualità della vita nelle varie città italiane dove la città di Bolzano si colloca stabilmente nelle posizioni più alte alta qualità del lavoro perché in Alto Adige c'è l'impegno a fornire delle opportunità nel campo dell'innovazione e della ricerca e a garantire un'assistenza medica di qualità grazie grazie a Dottoressa Dicenzo del suo interessante interessantissimo contributo che ha condiviso le sue esperienze con noi grazie mille grazie a was è un'assistenza medica un'assistenza medica grazie a la dottoressa des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Heute vertrete ich hier Prof. Dr. Michael Mieren, Hämatologe und geschäftsführender Primar des Dienstes. In meiner Arbeit im ERTES habe ich die Möglichkeit, im regen Austausch mit den Studenten zu sein, mit ihnen ihre Beobachtungen, ihre Bemerkungen, ihre Ideen zu teilen und teilweise auch zu machen. Ich bespreche mit ihnen aber auch nicht selten Befürchtungen und Sorgen. Und zwar im Südtiroler Sanitätsbetrieb ein Praktikum machen, da hat ja eh keiner Zeit für mich. Oder ich lerne gute Medizin nur an Universitätskliniken. Oder im Südtiroler Sanitätsbetrieb, da macht man nur Routinearbeit. Oder im Südtiroler Sanitätsbetrieb, da macht man nicht oder nicht genug Forschung. Und das können und möchten wir als Dienst Innovation Forschung und Lehre so nicht stehen lassen. Denn der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat seine Aufgaben gemacht. Und zwar hat er eine Reihe an Maßnahmen erstellt, damit die Mitarbeiter forschen, lehren und innovative Projekte erstellen können. Ich zeige euch hier gleich einige interessante Daten, die wir zusammengesucht haben. Und zwar von 2014 bis 2019 haben wir im PubMed gefunden, dass der Südtiroler Sanitätsbetrieb 1600 Publikationen hat. Und das ist gar nicht so wenig, wenn man das mit anderen österreichischen Regionen, die circa die selbe Einwohnerzahl haben wie Südtirol, vergleicht. Da stehen wir eigentlich sehr sehr gut da. Wir sind ein bisschen am Nachhinken mit dem Tentino, aber Trient hat eine Universität und eine Medizin-Universität. Zudem muss ich noch sagen, dass wir die Zahl auch rausgesucht haben, wie viel Forschung im letzten Jahr, in 2022 gemacht wurde. Und da haben wir gesehen, dass es eigentlich schon sehr sehr gut ausschaut. Wir haben da mehr als 400 Publikationen gehabt. Wie schaut der Forschungsbereich im Südtiroler Sanitätsbetrieb genau aus? Wir haben verschiedene Bereiche. Das Research Management, das sich im Allgemeinen um die Forschung, um die Koordinierung der Forschung im Südtiroler Sanitätsbetrieb kümmert. Wir haben den sehr wichtigen Research Support Service. Das ist der Service, der direkt für die Mitarbeiter hier ist und der unterstützt die Mitarbeiter bei Statistikfragen, bei Übersetzungsfragen, mit dem Grand Service oder eben auch bei rechtlichen Fragen in einer Studie zum Beispiel. Dann gibt es den Health Service Research Unit. Das ist der Bereich, wo wir selber im Dienst auch Forschung machen können. Und die Clinical Trial Units. Das ist ein sehr wichtiger Bereich, zu dem ich jetzt nicht mehr dazu sage, da ich meine Kolleginnen hier im Publikum habe, die euch danach einiges am Infopoint dazu erzählen können. Der Bereich Innovation. Der Bereich Innovation ist aufgebaut worden, damit Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, innovative Projekte im Südtiroler Sanitätsbetrieb durchzuführen. Aktuelle Projekte, die wir am Laufen haben, ist das Pharmakogenetikprojekt oder den Aufbau des Patientensicherheitszentrums oder die bereits fast abgeschlossene Studentenmanagement-Software, die ihr eh bereits kennt, gehe ich davon aus. Und zwar, diese Software wurde in Zusammenarbeit mit dem Bereich Lehre erstellt und diese Software ist deshalb so wichtig, weil es uns die Möglichkeit gibt, dass das Studentenmanagement sehr transparent zu verwalten und vor allem vom Studierenden aus und vor allem kann dies vom Studierenden aus gesteuert werden. Das heißt, es gibt freie Plätze, an denen ihr Studenten euch anmelden könnt und somit ihr euer Praktikum selber zusammenstellen könnt. Es gibt also keine Möglichkeit mehr des Overbookings und in naher Zukunft wird es auch so sein, dass die Software Direction euch Tutoren zuweisen wird. Also es hat sehr wohl jemand Zeit für euch auch im Sanitätsbetrieb. Allgemein kann man noch sagen, dass der Sanitätsbetrieb aktuell über circa 250 Praktikumsplätze verfügt. 100 für Formulanten, 150 circa für KPJ und PJ in 127 verschiedenen Abteilungen. Zudem haben wir noch im Bereich Lehre einen Bereich, wo es darum geht, die Qualität auch zu prüfen. Dafür ist die Arbeitsgruppe Lehre zuständig und da haben wir auch ein neues Projekt in den Startlöchern und zwar das Projekt zur Teaching Faculty, wo Ärzte und klinisches Personal lernen zu lehren. Die universitären Pfade, die gehören auch noch zum Bereich Lehrere und das ist wahrscheinlich auch wichtig für euch. Seit 2022 genehmigt der Südtiroler Sanitätsbetrieb auch und fördert den PhD. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr im Südtiroler Sanitätsbetrieb arbeitet, einen PhD absolvieren. Zudem haben wir eine Reihe von habilitierten Kollegen, die euch auch sehr gerne zum Praktikum aufnehmen und das Wichtigste ist, denke ich mir, kommt einfach zu uns vorbei, kommt zu uns zum Praktikum und kommt zu einem Event, die Summer School, wo ihr unsere ausgezeichneten Ärztinnen und Ärzte kennenlernst. Das sind unsere universitären Partner. Wenn ihr uns sucht, wir haben eine Zentrale und zwar genau hier im Neudeckpark. Wenn ihr uns online sucht, dann haben wir auch eine Internetseite und ihr könnt uns auf den Social Media Kanälen folgen. Facebook, Instagram und LinkedIn. Vielen herzlichen Dank und bei Fragen meldet euch einfach bei uns und bei unserem InfoPoint. Vielen Dank. Danke, Valentina. Vielen Dank. L'azienda sanitaria dell'Alto Adige, innova, ricerca, vi insegna. Venite da noi. Vorrei chiamare sul palco un primario. Tu. Esattamente. Vi presento il dottor Antonio Triani, direttore del servizio aziendale di pneumologia, che negli ultimi, vieni che ti accompagno, che negli ultimi, non diciamo quanti anni, ne avrà viste di cotte e di crude in questa azienda. E gli chiedo di raccontarci un po' di sé. Intanto buonasera e benvenuti ragazzi. Rivolto anche a voi ragazzi. Forse sono il più anziano, purtroppo, stasera. Io avevo presentato delle piccole diapositive per spiegarvi come funziona il nostro servizio pneumologico. La nostra sanità, come diceva il dottor Zerzer, è composta da ospedali, ma è composta anche da territorio. Noi abbiamo un servizio aziendale che è spalmato su tutto il territorio. Abbiamo varie sedi, quindi lavoriamo non solo a Bolzano, ma in tutti i comprensori dell'Alto Adige. Questo ci permette di allargare le nostre conoscenze e di conoscere quello che accade in tutta la provincia. E vado avanti con questo. Siamo ad oggi nove medici. Io sarei il primo Minterpares. Non sono al di sopra degli altri. Faccio attività clinica perché è la cosa che dà più soddisfazione a noi medici. Abbiamo sei sedi attualmente. Due sono allocate all'interno, sul territorio e quattro sedi sono negli ospedali a Bressanone, Brunico, Merano e Silandro. Noi facciamo un'attività che è a tutto tondo. In quanto abbiamo pazienti, tantissimi pazienti, vedete nella parte finale il numero di pazienti aumenta di anno in anno. Partendo dal 2019, confrontato con una piccola pausa durante il 2020, il numero di pazienti che visitiamo è sempre in crescita esponenziale. Questo ci fa confrontare con un numero di patologie variegate. Per cui siamo centro riconosciuto per le malattie rare. Siamo centro di riferimento per la tubercolosi, per le neurologie, per le malattie neuromuscolari. Siamo centro di formazione ultra specialistica per le malattie del sonno. Uno dei tre centri italiani che fanno queste cose. ed inoltre rispondiamo a quelle che sono le esigenze quotidiane, le emergenze, il PNRR, il CCM, che è il Chronic Care Model. E facciamo tantissima formazione. Il trend è ovviamente l'aumento della domanda ed è anche quello di creare conoscenza all'interno della nostra unità operativa e distribuire ed allargare le conoscenze. Quello che è importante quando si fa l'attività medica è fare l'anamnesi. Dal greco sapete cosa significa. Capire che cos'è il paziente. Ecco, la cosa che mi meraviglia, anche ieri ho visitato dei pazienti alla mia età, è bellissimo perché non so per quale motivo qualcuno ti racconta le sue cose. Non l'ha mai visto, non sai da dove arriva, non sai se ha parcheggiato la macchina, se è arrivato in bici, se ha il conto corrente a posto, se ha qualche mutuo da saldare, eccetera. Ti racconta le sue cose. E l'anamnesi è importante. Visitare i pazienti è importante. Vedo il dottor Piccoliori, che è responsabile della Claudiana. Qualche volta mi sono lamentato con lui e non lo fate voi. Quando facciamo la formazione specialistica per i medici in formazione, arrivano il primo giorno senza fonendoscopio. Peccato, perché è la nostra arma vincente. È un modo anche per conoscere e ascoltare i pazienti, capire che cos'hanno. Quindi attenzione. Utilizzate tutti gli strumenti che avete a disposizione. Innanzitutto l'intelletto, la conoscenza, la dedizione, la pazienza. Bisogna essere anche molto pazienti, riconoscere anche le nostre fragilità, le nostre difficoltà a capire gli altri e ad essere compresi anche. Quindi l'importante è poi visitare il paziente. Avere attenzione nel visitarli in modo corretto. Buonasera Presidente. Visitarli in modo corretto. E quello che facciamo noi è prendere in carico il paziente. La nostra mission è prendere in carico. Cosa significa? Intanto facciamo tutti gli esami necessari per arrivare ad una diagnosi di tipo premologico. La facciamo nello stesso momento in cui il paziente è lì da noi. E programmiamo qualcosa che esula delle nostre competenze e rivediamo il paziente. Questo è importante. Non abbandonare i pazienti al loro destino. Cosa facciamo? Quando arrivano i nuovi medici, tra un po' arriveranno anche degli studenti, è quello di accoglierli, di presentarci, di presentare i nostri ambienti, i laboratori, di informarli sulle cose che facciamo. Ed inoltre facciamo la formazione tecnica. Parliamo di formazione tecnica e l'affiancamento. L'affiancamento lo faccio io o gli altri colleghi. In tutti gli ambulatori, sia di Bolzano che gli ambulatori sul territorio, ci sono degli ambulatori dedicati alle malattie del sonno, i pazienti con malattie neuromuscolari, i pazienti di insufficienza respiratoria, eccetera, eccetera, eccetera. Affiancare, condividere, spiegare e lasciare anche ai colleghi la possibilità di prendere delle decisioni e dare dei suggerimenti. E poi ogni lunedì noi discutiamo, all'arrivo di tutti i colleghi che sono nelle sedi periferiche, i casi clinici più complicati o interessanti. Questo è importante per la formazione, condividere, sentire il parere degli altri, sentire anche a volte in webinar dei colleghi di altre specialità o invitare i colleghi di altre specialità per parlarsi. L'importante è parlarsi. La formazione all'interno della nostra unità operativa. Io ho questo incarico dal 2021. Dal 2021 ad oggi ho fatto due programmi di formazione ECM per i nostri colleghi, per tutti i colleghi. Quindi abbiamo dei pomeriggi dedicati, sempre di lunedì, dove facciamo formazione su varie tematiche, dove tutti sono chiamati a dare il proprio contributo, specialisti esterni o colleghi esterni. Non ultimo abbiamo parlato anche come si fa, la lettura della scheda di budget, invitando il dottor Armanaschi, che è un amministrativo. Poi è importante creare, condividere dei congressi. Ecco, questo è il programma prossimo. In settembre abbiamo una formazione aziendale sulla spirometria. Abbiamo un congresso nazionale che è sulle malattie preomologiche ed immunologiche. Abbiamo un congresso nazionale in novembre che è sempre di nostra pertinenza, ma è solo sulle malattie del sonno. E il prossimo anno si terrà la nonna edizione di Eurix, che è un congresso nel quale sono invitati, diciamo, specialisti ed esperti di tutta Europa, di malattie respiratorie, radiologiche, eccetera, eccetera, eccetera. Alcune volte sono arrivati anche dagli Stati Uniti, ma rimane sempre Eurix perché è confinato alle regioni germanofone. Quali sono i nostri programmi? I nostri programmi è uno studio che è stato approvato, che si sta allargando come orizzonti sul rapporto tra malattie orali con il microbioma e le malattie polmonari. Pubblichiamo spesso interessanti lavori su patologie rare e pubblichiamo anche lavori di gruppo. Qual è il futuro prossimo? Il futuro prossimo è accogliere i medici specializzanti dell'Università di Pisa. Poi dopo allargheremo il numero di colleghi da 9 a 11, grazie alla disponibilità della direzione. E apriremo a breve una sede a Vipiteno perché vogliamo essere presenti in tutta la provincia. E finisco con una frase che non è mia, però non credo che sia stata riciclata, ma se conoscessi il Navajo, che era la lingua degli indiani d'America, potrei parlare, dirlo, ma l'ho scritto in inglese. Ognuno, ve lo traduco, siede là dove sedeva da giovane. Quindi quello che fate ora vale anche per il vostro futuro e vi auguro un in bocca al lupo. Grazie Antonio, grazie per il tuo intervento e per il lavoro che fai in tutta la provincia. Bene, parliamo dell'Alto Adige. Non solo abbiamo una sanità fantastica, ma abbiamo un territorio meraviglioso e chi meglio del presidente della provincia autonoma di Bolzano può rappresentarla. Peter Hernandez-Hautmann. Io pensavo di dove parlare di Sanitabu. Parlare di Montagne. Also, einen schönen guten Nachmittag auch meinerseits. Buonasera a tutti, a tutti. Ich begrüße die Spitze des Gesundheitsbetriebes. Io rappresentante l'Ordine. Ovviamente il lupiccio Recruiting. Il lupiccio e tutti che collaborano. Bistos eigentlich zweisprachig? Wechseln? Wie Sie wollen. Gut, dann werde ich shiften. Zunächst einmal, ja, wir haben ein wunderschönes Land. Wir glauben, dass es auch ein Grund ist, warum man in Südtirol arbeiten und leben sollte. Mit der Betonung leben, arbeiten um zu leben und nicht leben um zu arbeiten. Noi crediamo che questo sia uno degli USP che abbiamo. Ma, ovviamente, sappiamo anche che proprio perché è così bello il nostro territorio è anche molto ambito. e questo ha un suo effetto anche sui costi della vita. C'è già uno degli elefanti che qui gira. Adesso l'ho anche indirizzato un attimino. Wir schauen dann auch entsprechend zu helfen, dass man auch tatsächlich hier es sich leisten kann zu wohnen. Das ist aber nur ein Aspekt, den wir wollen vor allem begleiten. Heute geht es ja darum, dass wir uns als Arbeitgeber presentieren. Es geht um Ihre Zukunft und somit auch um unsere Zukunft, weil wir brauchen Sie für unsere Zukunft als Gesundheitsbetrieb. Questo è il messaggio. Non è una cosa solo diciamo di rito perché si fa. Noi prendiamo sul serio questo evento di oggi perché crediamo che più riusciamo a spiegare chi siamo e come funziona da noi più riusciremo anche a convincere qualcuno a aiutarci a crescere ancora. Questo è il messaggio. Per quanto riguarda almeno è parte diciamo dell'indirizzo di governo. Omnicomprensivo ovunque e per chiunque accessibile. Questo deve essere il servizio pubblico sanitario. Questo è. E perciò abbiamo bisogno di persone qualificate. Per poter fare questo. ciò vi unterstützen questo in vielfältiger Hinsicht è il oggi il giocatore che è il ora in cui è il è il ist, indem wir zunächst einmal Sie begleiten wollen, während Ihres Studiums, für die, die noch im Studium sind, in der Facharztausbildung, für die, die in die Facharztausbildung gehen, aber dann auch in der weiteren Berufskarriere. Das ist die Idee und dafür haben wir zum einen natürlich einmal bei der Ausbildung angesetzt. Wir haben jetzt glücklicherweise diese Möglichkeit auch dieser Facharztausbildung nach österreichischem Modell, so wird sie genannt, weil es auf Grundlage eines Abkommens zwischen Notenwechsel, zwischen Rom und Wien erfolgt. Das bedeutet Dienstanstellung in der Facharztausbildung. Und das ist, glaube ich, eine Sache assolutamente innovativer, jetzt auch an dashnale Angelegen, sie haben immer wieder geschärter werden, wie wir das tun haben. Das ist, glaube ich, genau, sich in der Regelung, wir wissen, dass ... haben wir auch in zwei Tagen gehört, weil wir das tun können, weil wir also in diesem Moment zu nutzen können, das ist, diese Gesetze, selbstverständlich und auch mittelige Geschichte, und auch selbst eine Situation gewidfertige,, die ist divers ist. Noi lo facciamo già, quello che adesso man mano inizia a diventare realtà anche nel resto del Paese. E abbiamo adesso, qui c'è ancora scritto 120, ieri ho saputo che erano 140 ormai, 140 specializzanti che lavorano secondo questo modello. Ma oltre a questo abbiamo anche tante altre cose, le convenzioni con le università, per non scordarmi di nessuna, di Verona, Padua, Trieste e Udine, dove anche lì, diciamo, in collaborazione con loro facciamo i corsi di specializzazione. Grazie. Es wird für den Gesundheitsdienst entscheidend sein, dass wir die wohnortnahe Versorgung endlich entwickeln und aufbauen, so dass das klinische System entlastet wird. Wir haben einmal ein Begelegen, ein paar Stunden später zu Hause mit dem Minister Schilacci. Er hat die ersten Jahre aus dem Kollegen aus dem Klinischen, die erste erste, die zehn Jahre für die Geschichte ist. Er hat gesagt, dass ich eine Frage, dass sie sich in der Gesundheit haben. Er hat mit dieser Frage, die das «L'Italia hat ein Problem». Er hat gesagt, ne haben wir viele, aber er hat ein Problem. Le liste d'attesa. Wir sind alle anderen, und wir alle anderen, um das zu tun. Und wie wir diese Probleme haben? Wir müssen zurückkommen, um das Land zu tun, ermittend den Medici, die in der Generalen, um zu tun, um das Land 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 zu tun. Wir müssen das, um das Land zu tun, um das Land zu tun, um das Land zu tun. mit Rappresentanzer, auch mit der Maschinen, für die Echografie, für viele andere Dinge, wie auch mehr Aktivitäten, wie Pre-Diagnostica oder Dianostica. Das ist auch ein Thema, das Herr Schilacci hat gesagt, für die Abattung der Innappropriatezzen in der Preskriptionen. Das ist der Thema. Und deshalb, wer der Medico-Medicina-General ist, wie alle anderen, haben wir ein bisschen mehr. Das ist mir ganz wichtig. Wir brauchen alle Berufsbilder, alle Spezialisierungen, alle Dienste, aber es ist manchmal die Allgemeinmedizin etwas, weil es auch nicht so als eigenes Facharztausbildungsmodell in Italien gesehen wird, anders als anderswo, vielleicht ein bisschen ein Stiefkind gewesen, und das wollen wir ändern. Das ist an dieser Stelle eben auch ganz wichtig. Wir möchten Sie begleiten mit einem One-Stop-Shop. Silvia Mansini muss Sie leiten. Sie leitet ja das Recruitingbüro, wo wir ganz klar auch diese Dienste für Sie erledigen, wenn es darum geht, tatsächlich im Ausbildungsgang, aber vor allem dann auch in Bezug auf Anstellung, auf Aufnahme des Dienstes im Land, die bürokratischen Obliegenheiten zu erledigen. Studientitel Anerkennung ist ja nur ein Thema. Dazu gehört dann das ganze Thema der Übersetzung und anderes mehr. Die ganzen Kontakte mit den zuständigen Ministerien, Universitäten und so weiter. Es geht aber auch dann um die Frage, was ist das dann für ein Vertrag? Was bekomme ich für ein Vertragsverhältnis? Was muss ich tun? Welche Dokumente muss ich dafür erbringen? Wie schaut es mit Zweisprachigkeit aus? Wie schaut es mit anderen Fragestellungen aus? Die Idee, die wir haben, ist, dass jetzt eben nicht mehr, dass man von einem Büro zum anderen geschickt wird, wie es in diesem schönen Asterix-Zeichen-Trickfilm passiert, sondern dass wir sagen, One-Stop-Shop. Das erledigen wir an einem Ort. Da geben wir für sie eine Dienstleistung. Ziel ist es, in wenigen Monaten damit offiziell zu starten, so quasi, ja wir sind ja schon in dem Flow. Wir machen jetzt schon und wir schauen dann das wirklich auch weiterzuentwickeln. Und dann geht es auch darum, dass wir uns inzwischen neu aufgestellt haben. Ich blicke jetzt um Herrn Generaldirektor. Wir haben den Gesundheitsbetrieb bei Gesetz auch ermächtigt, auch beim Thema Wohnen zu helfen. Wir haben nicht ein Problem, aber wir haben auch. A Bolzano geht es nicht nur noch. Wir haben, insbesondere, wo es gibt, dass wir unsere Quantitologie einfach um das ist, dass wir werden, dass wir uns fühlen. Wir haben wir hier eine Zusammenarbeit. Hier ist auch eine neue Art und Herbe. Wir haben eine Hande auch in das Thema. Wir haben jetzt die Lösung für alle Leute, aber auch hier sind wir bereits anzusehen, um die Spazierungen zu geben, zumindest in eine temporaneität. Das ist auch ein Thema. Und dann gibt es auch die anderen Themen. Es gibt auch, ich weiß, micro- und andere Strukturen, für kleine Asile Nido. Wir haben auch diese Systeme in azienda. Auch diese Informationen werden wir. Ich erzähle euch diese Dinge. Wir sind in competenziale mit dem anderen Paesen, aber auch mit den Territorien. Auch mit den Privaten sind wir in Konkurrenz. Ich habe gerade ein Meeting gehabt mit einem Vertreter des privaten Sektors. Es ging um den integrierenden Kollektivvertrag für den privaten Bereich. Die schließen ja auch Kollektivverträge ab. Es ist eine Tatsache, das hat er auch bestätigt. Das wissen alle. Auch dieser neue Kollektivvertrag, wo es für den privaten Dienst zusätzlich Geld gibt, der wird unter dem Niveau des öffentlichen liegen. Das sollten Sie wissen. Das sage ich jetzt als Arbeitgeber. Das ist so. Das ist im System so. Wir wollen auch kompetitiv bei den anderen Fragen sein. Nicht nur bei der Höhe der Entlohnung, auch bei den anderen. Als Arbeitgeber, das Arbeitsklima, Entwicklungsmöglichkeiten und so weiter. Es ist so. Wir haben nämlich jetzt auch wieder neue Abschlüsse. Wir haben gerade eben einen Kollektivvertrag bereichsübergreifend unterschrieben. Wir arbeiten auch an verschiedenen kollektivvertraglichen Ebenen in den anderen Bereichen. Was Ärzte, Ärztin anbelangt, dann auch Pfleger und Pfleger und so weiter. Also auch die sanitären Leiter, all diese Themen. Weil das natürlich auch dazu gehört. Und wir wissen, dass wir Konkurrenz haben und deshalb bemühen wir uns. Das merken Sie allein daran, dass ich gesagt habe, da muss ich dabei sein heute. Wir bemühen uns, wir wollen Sie gewinnen. Ich möchte Sie alle, am liebsten alle bei uns im Dienst sehen. Irgendwann. Und das heißt, ich bin ja nicht mehr so lange da, wenn überhaupt. Deshalb sobald wie möglich heißt das auch. Ich möchte Sie bei uns im Dienst sehen. Ich wünsche heute noch gute Informationen in diesem Sinne. Aber vor allem wünsche ich mir eines, dass wir in Kontakt bleiben. Sie mit uns in Kontakt bleiben. Dass wir diesen Kontakt aufbauen, wenn es ihn nicht schon gibt. dass wir in Kontakt bleiben. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Da heute, diciamo, noi possiamo sempre anche essere per voi, un punto, diciamo, dove ricevete tutte le informazioni necessarie, perché noi speriamo tanto che possiate fare la vostra carriera, perché è il vostro futuro di cui parliamo, raggiungere gli obiettivi che avete posto voi, che andrete a porvi, ma nel possibile abbinandole con la possibilità di lavorare per il servizio pubblico in Alto Radice. Questo è. Grazie per l'attenzione e vi auguro il meglio per il vostro futuro, perché potrebbe essere anche il nostro. Dankeschön. Grazie. 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 e concorsi, tutta la parte che attiene all'amministrazione, alla gestione del vostro rapporto di lavoro proprio in tema di assunzione e di reclutamento abbiamo preparato qualche informazione per voi, lascio la parola Grazie Sabrina So, ich darf euch einige Echtdaten zu den verschiedenen Anstellungsformen oder zu den verschiedenen Formen der Facharztausbildung geben Wir beginnen da jetzt gleich mit dem österreichischen Modell und der Zugang zum österreichischen Facharztausbildungsmodell erfolgt über eine öffentliche Kundmachung. Voraussetzung für die Zulassung zu einer öffentlichen Kundmachung ist der Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises C1 www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Können wir ein bedienstetes Anstellungsverhältnis eingehen, das dann eben alle Vorzüge eines bediensteten Verhältnisses hat? Der Vertrag für die Facharztausbildung dauert die gesamte Zeit der Facharztausbildung selbst und kann in Teilzeit oder eben auch in Vollzeit erfolgen. Selbstverständlich haben wir dann eben hier die ganzen Vorzüge eines bediensteten Arbeitsverhältnisses. Das beginnt bereits bei der Entlohnung. Wir sprechen etwa von einem Nettogehalt von ca. 2800 Euro, wobei hier die variablen Lohnelemente effektiv noch fehlen. Hinzu kommen zum Beispiel Wachdienste, bezahlte Wachdienste. Und der Sanitätsbetrieb, eben weil es sich um ein bedienstetes Arbeitsverhältnis handelt, übernimmt die Einzahlung der Fürsorgebeiträge, der Sozialbeiträge, die Einschreibung im Gesundheitsfonds Sanipro, der eben auch sehr interessant ist für die Bediensteten. Und übernimmt selbstverständlich auch die Versicherung für Haftpflicht und für Unfälle. Wie gesagt, wir befinden uns in einem bediensteten Arbeitsverhältnis, demzufolge das Recht auf 30 Tage bezahlten Urlaub, Mutterschutz, der vor allem für uns Frauen sehr interessant ist, der Schutz der Krankheit. Und eben auch innerhalb des Sanitätsbetriebes, unseres Südtiroler Sanitätsbetriebes, ein großzügiges Weiterbildungsangebot mit bis zu 20 Tagen Weiterbildung, wobei sowohl die Zeit anerkannt wird, als Arbeitszeit anerkannt wird und mit großzügigen Spesenrückvergütungen eben abgeholten wird. Zudem besteht eben die Möglichkeit, einen unbezahlten Wartestand für 18 Monate zu nehmen, damit ein Teil der Facharztausbildung im Ausland gemacht werden kann. In diesem Fall bei konventionierten Strukturen hingegen, wenn die Strukturen eben nicht konventioniert sind, dann gibt es diesen unbezahlten Wartestand für zwei Monate. Kurz noch zwei Worte zur Facharztausbildung mit Stipendium. In diesem Fall übernimmt das Stipendium entweder die Universität oder wird vom Land Südtirol bezahlt. Der Zugang zu den Abteilungen erfolgt in Absprache mit dem Primar und mit Vereinbarung mit der Universität. Hier besteht an und für sich keine Pflicht zum Zweisprachigkeitsnachweis, so wie beim bediensteten Arbeitsverhältnis. Jedoch müssen Sprachkenntnisse auf jeden Fall vorhanden sind und die werden auch abgeklärt. Auch hier die Möglichkeit der Teilnahme an der Weiterbildung, wenn auch in einem geringeren Ausmaß, die Möglichkeit, Wachdienste auf Bezahlung zu machen. Und dann auch hier wieder den Versicherungsschutz und den Schutz bei Arbeitsunfällen. Abschliessend noch zwei Worte zur Anstellung laut Decreto Calabria. Das ist ganz eine interessante Möglichkeit und zielt eigentlich dahin ab, wo eigentlich vorhin schon unser Landeshauptmann darüber gesprochen hat. Laut dieser gesetzlichen Bestimmung besteht die Möglichkeit, bereits ab dem letzten Jahr, dem vorletzten Jahr und auch dem dritten Jahr der Facharztausbildung an den Wettbewerben teilzunehmen. Vorausgesetzt, dass die Bewerberin im Besitz des Zweisprachigkeitsnachweises C1 ist. Auch hier laufen momentan Verhandlungen, die die Möglichkeit für den B2 ermöglichen sollten. Bei positiven Bestehen des Wettbewerbes gibt es dann effektiv eine separate Rangordnung, aus der geschöpft werden kann. Und der Arzt in Facharztausbildung oder der Arzt dann aufgenommen mit bediensteten Arbeitsverhältnis in der Besoldungsstufe A angestellt werden kann. Mit 32 Wochenstunden und bis zur Ablegung der Facharzt oder bis zur Beendigung der Facharztausbildung. Und in Folge erfolgt dann die Einstufung mit unbefristeten Arbeitsverhältnissen. Das ist bestimmt eine interessante Möglichkeit, weil es dann einfach den Eintritt auch für die Ärzte, die die Facharztausbildung laut italienischem Modell oder mit Stipendium machen, auch nochmal dann auf diese Art und Weise verkürzen können und somit den Dienstantritt in näher rücken können. Anschließend noch die Kontakte, auch hier, nehmt bitte Kontakt mit uns auf. Wir werden draußen dann noch einen Infopoint haben. Sucht uns auf für Zweifel, Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Und auch nach diesem Event von heute habt ihr die Kontakte, dass ihr uns zu jedem Zeitpunkt erreichen könnt. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. 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 Dall'altro punto di vista ho percepito sicuramente l'attenzione dell'azienda al benessere del dipendente, sia da un punto di vista professionale, perché si percepisce l'attenzione a promuovere e a permettere la formazione continua degli strutturati anche dopo la specializzazione, nei vari ambiti di competenza, ma anche a livello personale, visti i turni e gli orari di lavoro, che molto spesso sono strutturati nel completo rispetto sia delle esigenze familiari che personali dei dipendenti. E non ultimo, ritengo che sia giusto, come succede qui in Alto Adige, che venga riconosciuto per noi strutturati, molto spesso vengano riconosciute le responsabilità e i rischi professionali che spesso nell'attività di tutti i giorni ci assumiamo, cosa che purtroppo, anche economicamente ovviamente questo volevo dire, che purtroppo in altri ambienti italiani e del resto del paese non succede. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a Dottoressa Di Petro per il suo prezioso intervento, che ha condiviso il suo percorso di studio, di formazione, ma che ha anche evidenziato i benefici, insomma i vantaggi del lavoro in Alto Adige, ma anche presso la nostra azienda. Grazie a Dottoressa Di Petro per l'attenzione. 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 ein bisschen mehr, wir können eine Karriere interessant sein, wie in der Dirigenzierung, das bedeutet, dass Sie in der Dirigenzierung für ein Dirigenzierung, für eine Sprache einfache, oder auch für eine Sprache einfache, also für ein Direktor von Strukturen. In der anderen Seite haben wir auch eine Karriere Specialistische, Offriamo anche la carriera specialistica che è una cosa molto interessante per chi è specializzato e ha voglia di mettersi in gioco di lavorare bene però non di dirigere personale ma di fare qualcosa di particolare in ambito di carriera specialistica Lì offriamo tre livelli livello 1, 2, 3 e dall'altra parte abbiamo anche tanti riconoscimenti per ricerca e insegnamento che sono state già brevemente annunciate possiamo poi darvi più informazioni anche fuori dopo Wir haben also ein reichhaltiges Angebot auch an Karrieremöglichkeiten für Sie wenn Sie im Betrieb sind und wachsen wollen können Sie sich in den verschiedenen Bereichen sowohl was die Führungskarriere wie auch die Fachkarriere betrifft einbringen und haben dort viele Möglichkeiten zu wachsen und sich weiterzuentwickeln Daneben haben wir auch wie gesagt bereits angedeutet im Bereich Forschung und Lehre sehr vieles anzubieten wir unterstützen diese Bereiche sehr stark sodass Sie neben Ihrer klinischen Tätigkeit auch im Bereich Forschung und Lehre sehr viel machen können sehr stark unterstützt werden Ja Daneben das wurde schon öfters angedeutet heute aber das ist umso wichtiger und deshalb wiederhole ich es auch gerne noch einmal haben wir ein großes Netzwerk aufgebaut und sind weiter dabei dieses Netzwerk auszubauen mit internationalen Spitzenkliniken Universitätskliniken Spitzenkliniken die zum Teil in verschiedenen Bereichen auch die Nummer 1 in der Welt oder in Europa sind im Bereich auch der Tumorbehandlung und anderer medizinischer Leistungen Sie können wenn Sie bei uns die Facharstausbildung machen aber auch später im Rahmen Ihrer Tätigkeit als Facharzt Fachärztin dann von diesem Netzwerk profitieren indem Sie Aufenthalt in diesen Kliniken machen können und gleichzeitig eben weiterhin Ihr Gehalt bekommen beziehungsweise die Unkosten bezahlt bekommen ich glaube das sind namhafte Kliniken wie gesagt das Netzwerk ist im Aufbau begriffen und durch eine Zusammenarbeit mit dem Südtirol Sanitätsbetrieb steht Ihnen kann man mit Fug und Recht behaupten die Welt offen Wie sehen Sie wie wir eine große internationale die Klinik Universitaria Klinik die alto Livello können dann Sie besitzen wenn Sie in der Arbeit arbeiten oder die Spezialisierung in der Sanitätsbetrieb für die für die bilingü 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 für die dipendenten offriamo auch eine vaste possibilität Wir helfen Ihnen, wie Darlonis Hauptmann bereits gesagt hat, bei der Unterkunftssuche bzw. hoffen und werden Ihnen in Zukunft auch Unterkünfte zur Verfügung stellen können, zumindest einmal für einen ersten Zeitraum. Da sind wir dabei, Initiativen in die Wege zu leiten, auch selbst tätig zu werden, Wohnungen zu bauen, die dann natürlich jetzt noch zwei, drei Jahre brauchen, bis die dann zur Verfügung stehen. Aber diesbezüglich wird sich einiges tun und das ist vor allem, glaube ich, in Südtirol, in Bozen, wo der Wohnraum knapp und teuer ist, sehr wichtig. Für die Mitarbeiter im Betrieb gibt es auch viele andere Initiativen, die wir hier jetzt nicht im Detail aufgezählt haben, aber nur um es kurz anzudeuten. Gesundheitsförderung ist nicht nur für die Bevölkerung wichtig, sondern auch für unsere Mitarbeiter, für Sie dann als zukünftige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Südtirol-Sanitätsbetrieb und daher legen wir auch ganz großen Wert darauf und sind dabei, hier sehr vieles aufzubauen und sehr viele Initiativen zu setzen, sodass Sie später einmal mit Freude und auch gesund Ihren Beruf ausüben können. Ein, ja nicht nur Schlagwort, sondern ein sehr wichtiger Aspekt ist natürlich die Work-Life-Balance. Das ist auch in der Zeit, die Wohnraum von Labor und Arbeit hat sich um die Wohnraum zu helfen. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, eine sehr wichtige Anzahl anzude, Ein bisschen simile bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch da geht es natürlich um Work-Life-Balance, aber es geht um mehr. Es geht darum, wie können Frauen, aber auch Männer die Familie mit der Arbeit in Verbindung bringen und nur wenn sie eine gute Organisation und eine gute Betreuung zu Hause haben, können sie auch sich entsprechend in einem so wichtigen, in einem so verantwortungsvollen, aber auch in einem so tollen Beruf, wie es der ärztliche Beruf ist, einbringen und ihre Kraft voll an den Tag legen. Deshalb legen wir auch sehr, sehr großen Wert drauf und fast aufs Stichwort kommt auch die Pflegedirektorin, die Marianne Siller, die bei diesem Thema natürlich immer sehr offene Ohren hat und da sehr dieses Thema Familie und Beruf immer schon sehr unterstützt hat und gemeinsam auch mit dem ärztlichen Bereich natürlich voranbringt. Ja, in diesem Sinne habe ich versucht, einfach ein paar Dinge aufzuzählen hier, die jetzt im Moment vielleicht für Sie, nachdem Sie ja gegen Ende des Studiums sind, beziehungsweise das Studium abgeschlossen haben und jetzt vielleicht vor der Facharstausbildung stehen, noch nicht so eminent vor Augen sind. Aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, was wir als Sanitätsbetrieb in Südtirol hier Ihnen dann in Zukunft auch bieten, dass sich, wie gesagt, mit nichts in Europa verstecken muss und wo wir wirklich einige Vorzeigemaßnahmen auch bieten können. Informieren Sie sich, kommen Sie zu uns, schreiben Sie uns, wenn Sie nähere Informationen brauchen und gerne werden wir Ihnen weiterhelfen und stehen für Rat und Tat zur Verfügung. Alles Gute, vielen Dank. Grazie. Vielen Dank, lieber Martin, für den tollen Beitrag. Herzlichen Dank. Dr. Macher, come gli altri relatori, saranno presenti fuori all'aperitivo, se avete domande e quant'altro da chiarire. La ripartizione e sviluppo del personale è nuova da un anno e mezzo. Vorrei ringraziare ufficialmente la nostra direzione per averla inserita, perché lo sviluppo del personale è molto, molto, molto importante e l'azienda ha voluto mettere un focus proprio su questo tema. Nomi di lungo, ultimo intervento, promesso. Chiamo sul palco il dottor Michael Lantalo, medico in formazione specialistica, medicina fisica e riabilitativa. Danke, Michael. Ja, guten Abend auch meinerseits. Zuallererst herzlichen Dank für die Einladung an die Direktion vom Sanitätsbetrieb. Mein Name ist Michael Lantalo, bin, wie gesagt, wurde Assistenzarzt an der Rehabilitation in Brixen. Hier seht ihr meinen Arbeitsplatz. Bin selber aus Brixen, bin aktuell im vierten Jahr, am Ende des vierten Jahres von meiner Ausbildung. Und ich werde euch jetzt noch was erzählen in Bezug auf die grenzübergreifende Facharztausbildung. Wurde schon erwähnt, vom Landeshauptmann auch, also Formatione Transfrontaliere. Will euch nicht mehr zu lange aufhalten, es ist schon spät. Erzähl euch noch ein bisschen meine Erfahrungen, wie es bisher war und wie es noch weitergeht. Kurz zu meinem Werdegang. Ich habe in Innsbruck Medizin studiert, habe während dieser Zeit auch mehrere Auslandsaufenthalte absolviert. Sei es in Deutschland, in der Schweiz, war dann selber auch am Gemelli, an der Gemelli-Klinik in Rom. Und dann noch der längste Aufenthalt in Belgien im Rahmen von einem Erasmus-Programm. Sehr schöne Erinnerungen, die mich weiterhin begleiten. Dann habe ich das Studium abgeschlossen. Damals gab es die Ausbildung in dieser Form in Südtirol noch nicht. Deswegen bin ich erst mal ausgewichen aufs deutschsprachige Ausland. War dann für einige Monate in Deutschland in einer Reha-Klinik. Ich bin dann noch kurz in Kufstein auf der Inder-Medizin und wo es dann 2018 eigentlich dann langsam losgegangen ist, bin ich zurückgekommen und habe dann in Brixen angefangen, meine Facharztausbildung für Physikalische Medizin und Rehabilitation. MFR, Medicina Physica Rehabilitativa. Zum grenzübergreifenden Modell, weil es ist dann die nächste Folie. Ganz grob, ich schaute hier aus. Wer es noch nicht weiß, einige von euch wissen es wahrscheinlich schon. Basisjahr, neun Monate, eine Rotation für alle mit internistischen und chirurgischen Fächern. Dann Grundausbildung, 36 Monate und zum Schluss noch die Sonderfachausbildung mit 27 Monaten. Ich habe angefangen im Basisjahr in Brixen, war auf der Inder-Medizin. Habe dann immer so in all den Fächern, wo ich dann war, immer so drei Fachbereiche abgedeckt. Also Subfachbereiche, war damals Erste-Hilfe, Station und Subintensivstation, also Intermediate-Care. Habe dann noch Orthopädie als zweites Fach gemacht, auch in Brixen. Da war es dann auch wieder Erste-Hilfe. Damals noch, das war vor der Pandemie, ein richtiger Skiewinter, war viel los, kann ich mich gut erinnern. Sei es dann auch im OP-Saal und Stationsarbeit, Traumatologie. Und der letzte Teil Neurologie, den habe ich dann in Bozen absolviert, am Zentralkrankenhaus. Die haben eine Stroke-Unit, was als Rehabilitationsarzt sehr interessant ist, natürlich. Akutdiagnostik, Akutmedizin. Dann ein bisschen Spezialambulanzen, von Parkinson bis Rare Diseases. Und als letzten Teil noch Stationsarbeit auf der Neurologie. Also ich habe das Basisjahr auch schon eigentlich versucht, so etwas zu richten auf meinen Fachbereichen. Die Grundausbildung, also Formationen, die Base in Materia Specifica, habe ich in Brixen dann begonnen. Initial mit viel Stationsarbeit. Und dann nach und nach wurde ich in die Ambulanz eingearbeitet. Und habe dann auch noch einige Rotationen absolviert, entsprechend dem Ausbildungskatalog. Das ist ja alles sehr genau festgelegt. Und war dann einerseits in Radiologie für den muskuloskeletalen Ultraschall. Dann bin ich gewechselt in die Gefäßchirurgie in Brixen für den Gefäßultraschall. Also Doppler-Ultraschall in erster Linie. Und habe jetzt die letzten Monate verbracht auf der Rheumatologie. Also am rheumatologischen Dienst. Das ist ein Provinzialer Dienst. Und bin da aktuell jetzt auch noch, um die letzten Punkte von der Grundausbildung jetzt noch zu absolvieren. Da geht es auch wieder um Gelenksultraschall nochmals zu vertiefen. Infiltrationstechniken und medikamentöse Therapie natürlich. Wie geht es bei mir weiter? Ich bin jetzt am Abschluss von der Grundausbildung. Ich habe jetzt schon den nächsten Abschnitt geplant für die Sonderfachausbildung. Die Formation Speziale in Materia Specifica. Die dauert dann 27 Monate mit jeweils drei Modulen. Also drei Modulen zu jeweils neun Monaten. Entschuldigung. Das erste habe ich schon organisiert. Ich werde dann in Kürze an den Sportmedizinischen Dienst des Landes wechseln. Dann der vorletzte Teil wird wohl Schmerztherapie werden in meinem Fall. Und der dritte und letzte Teil, den habe ich jetzt noch nicht konkret geplant. Genau. Das ist meine Ausbildung, meine bisherige Ausbildung. Und da möchte ich auch schon abschließend noch die Vorteile in diesem Modell, aber auch des Gesundheitsbetriebes hervorheben. Wir haben jetzt schon viele Vorteile gehört von Ausbildung, Bezahlung, Unterstützung, sei es Wohnung, Work-Life-Balance und so weiter. Ich möchte nur noch zwei Vorteile hervorheben. Man sieht es hier auch gut. Einerseits, wir sind nicht an ein Krankenhaus gebunden, nicht an ein Zentrum gebunden. Also wir haben die Chance auch zu rotieren. Ich habe das genutzt. Also wir haben ja sieben Krankenhäuser im Betrieb. Ich war bisher in vier und muss sagen, habe an jedem Krankenhaus eigentlich anderes dazugelernt, andere Ansichten, weil es auch natürlich andere Fachbereiche teilweise gibt. und die anders organisiert sind, ein Vorteil. Und der zweite Vorteil ist für mich, dass man die Ausbildung eben dementsprechend auch bis zu einem gewissen Punkt personalisieren kann. Und ich denke auch soll und muss. Ja, das ist natürlich dann in Absprache mit Direktion, mit dem Chefarzt zu vereinbaren. Aber ich denke, das ist einer der größten Vorteile in diesem Ausbildungsmodell. Man sieht es auch am letzten Punkt mit der Sonderfachausbildung. Da kann man sich ja dann wirklich aus einer Liste von sieben Modulen, drei heraussuchen, die einen ansprechen, die man gerne realisieren und umsetzen würde. Damit bin ich am Ende. Ich möchte euch noch ein Zitat mit auf den Weg geben, das ich vor Jahren gelesen habe von einer Bedeaterin, einer Kollegin, einer amerikanischen. Hat mich damals sehr angesprochen und möchte ich euch mitgeben, weil es mich auch nach wie vor in meiner jungen Ausbildung noch begleitet. Und das lautet, the key elements for survival in the medical profession would seem intuitively to be a tolerance for uncertainty and a curiosity about the unknown. Also einerseits die Toleranz für die Unsicherheit. Ich denke, das ist Teil der Medizin, Teil von unserem Beruf, der vor allem in jungen Jahren, denke ich, nagen kann und Schwierigkeiten bereiten kann. Und der zweite Teil, die Neugier. Bleibt neugierig und in diesem Sinne alles Gute. Ich habe hier unten rechts noch die Kontaktdaten gelassen, könnten wir gerne schreiben, kontaktieren. Vielen Dank Michael für deinen wertvollen Beitrag, dafür, dass du uns immer wieder als Recruiting-Team unterstützt. So, jetzt sind aber unsere Studierende, die kriegen jetzt das Wort und es geht los mit unserer Fragerunde. Und ich darf jetzt auf die Bühne bitten. Unser Generaldirektor Florian Zerzer, Sanitätsdirektor Josef Wiedmann, den stellvertretenden Präsidenten der Erste Kammer, Michael Engel. Vom Amt für Gesundheitsordnung haben wir drei Damen hier, die wir einladen würden, aufs Podium zu kommen. Und zwar die Damen Birgit Schmidt, Josefine Spitaler und Elena Kostner. Die Frau Valentina Zingerler hatten wir schon, bitte auch aufs Podium. Dann Sabrina Balduzzi, Martin Matscher und zwei Ärzte für Allgemeinmedizin. Die Frau Doktorin Christina Pizzini und den Herrn Doktor Giuliano Piccoliori. Zwei Kolleginnen haben sich bereits mit einem Mikrofon bewaffnet und die Fragerunde kann losgehen. Haben Sie keine Scheu? Siamo stati così esaustivi? No, non ci sono domande inutili. Eccolo, prego. Tanti di noi hanno conseguito la laurea o stanno ancora studiando all'estero e devono aspettare il riconoscimento della laurea qui in Italia. Durante questo periodo, che credo sia di 4-5 mesi, volevo chiedere se c'è la possibilità già di iniziare a lavorare da qualche parte e non stare a casa per così tanto tempo senza far niente. Allora, sì. Sì, purtroppo il Ministero è molto indietro. Dovrebbe farcela in tre mesi, ma non ce la fa. C'è però la possibilità, momentaneamente è stata prorogata fino alla fine del 2025, se uno è iscritto all'ordine in un altro paese e dà la laurea, insomma, può essere assunto, all'azienda sanitaria non lo so se deve avere la specializzazione, è un po' più difficile, ma io so che in tanti posti, anche privati, vengono assunti tramite un contratto, insomma, c'è questa possibilità in attesa del riconoscimento. Anche perché prima di avere riconoscimento, se volete fare la specializzazione in Italia, probabilmente potrete farla qui da noi con il sistema trasfrontaliero, ma non con quello italiano, penso che dovete essere iscritti all'ordine in Italia. Ma qualcuno può rispondere a questa domanda, se questa assunzione temporanea riguarda anche i medici che devono ancora fare la formazione? Sì, riguarda anche quelli che devono ancora fare la formazione, se non sono ancora in possesso di riconoscimento e non sono ancora iscritti all'albo italiano, ma come diceva la collega, sono iscritti all'albo straniero, non so se questa cosa già si può fare prima del riconoscimento, immagino di sì. Allora voi rilasciate l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, corretto? Ok, sì. Allora, previa autorizzazione da parte della provincia all'esercizio provvisorio della professione, che significa quindi posso esercitare, pur non essendo ancora iscritto all'albo, è possibile adesso in via eccezionale in questo periodo, diciamo dal Covid fino ad oggi abbiamo avuto diverse normative di emergenza che ci hanno consentito di reclutare anche personale senza la specializzazione, è possibile partecipare a qualche, cioè ottenere un contratto per qualche attività, ad esempio l'abbiamo fatta per le attività vaccinali, per il periodo del tracciamento durante il Covid e adesso ancora per qualche attività collegata in parte, diciamo, all'emergenza. Grazie, dottoressa Balduzzi. Hallo, grüß Gott, Seline Kofler, ich bin die Primarin der Inneren Medizin am Krankenhaus Meran. Ich habe viele Auszubildende und wenn Sie Ihre Zeit jetzt effizient nützen wollen, dann können Sie Ihre ersten drei Monate Chirurgie beispielsweise im Ausland machen, das brauchen Sie ja, drei Monate Chirurgie, um dann mit innerer Medizin oder Ihrem Wahlfach weiterzumachen. Das heißt, Sie können drei Monate in Innsbruck, in Graz oder auch in Deutschland machen, bis Sie die Anerkennung haben. Und in dem Moment, wo Sie die Anerkennung haben, können Sie dann gerne in Südtirol Ihr Fach weitermachen. Danke, Frau Dr. Kofler. Domande, dubbi, curiosità? Saremmo tutti presenti poi fuori in chiusura, però chiaramente la domanda di uno istruisce tutta la sala. Allora, faccio io una domanda al nostro direttore sanitario. Siccome sono studenti, sì, direttore sanitario, sono studenti in medicina, dovranno scegliere una specializzazione, ci potresti indicare le branche più carenti nell'azienda sanitaria? Io mi allineo completamente quanto ha detto la collega testimonia all'inizialmente che ha imitato a fare la scelta. Dottoressa, veramente mi congratulo con la sua deposizione. Si sceglie quello a cui uno si sente portato ed è interessato. Non fate la scelta su base di idee opportunistiche. Questo è fondamentale perché è una scelta di vita quella che fate. Per cui non è... non è solo un l'onigschleck e non è solo un l'onigschleck e non è solo un lontano. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei chiedere la mia situazione un po' speciale, posso dire. Sono estracomunitaria da Moldavia, sono un medico farmacologo e ho lavorato qua in Alto Adige in tempo di pandemia e ho avuto questo privilegio. Non conosco niente tedesco perché appena ho imparato italiano e sono in processo di riconoscimento della laurea. E' ancora qualcosa di specifico. Nel mio paese non c'è ordine dei medici. In questo caso posso trovare un lavoro fino a quando ricevo il riconoscimento o fare una pratica. Anche questa mi interessa per avere più esperienza qua in Italia. Grazie. Allora, nei paesi in cui non c'è l'ordine, se non c'è l'ordine, avete comunque, lei se ha fatto la domanda di riconoscimento, ha dovuto presentare anche la dichiarazione di valore. Normalmente nella dichiarazione di valore c'è scritto o meno se lei è abilitata nel suo paese a fare il medico. Deve essere abilitata. E inoltre dovrà presentare un certificato penale o qualcosa per vedere che non abbia delle cause in corso per il lavoro, per la professione. non c'è sanzioni professionali o così, solo per quello. E poi potete, può essere anche lei, cioè può ricevere anche lei questa autorizzazione. Ci sono tantissimi extra UE che chiedono l'autorizzazione, forse anche di più che non quelli dell'Unione Europea. Sì, forse per integrare il discorso è lo stesso che facevamo prima. La provincia rilascia un'autorizzazione provvisoria all'esercizio della professione in attesa del suo riconoscimento in Italia e dell'iscrizione all'albo. Il tipo di contratto di cui accennavo prima è previsto anche per chi non ha il bilinguismo, quindi anche per chi non è in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua tedesca. Quindi la risposta è sì, può lavorare. Abbiamo altre domande? Bene, allora ringrazio tutte le studentesse, gli studenti, i vari ospiti, direttori, rappresentanti, medici, eccetera, eccetera. Vi informo che quando fra un minuto usciremo troverete cinque info points che vi sapranno dare tutte le informazioni sui seguenti temi. Servizio per l'innovazione e la ricerca e l'insegnamento, servizio amministrazione del personale, ufficio assunzioni, documenti necessari e quant'altro, medicina di base, ordine dei medici, formazione specialistica e le rappresentanti dell'ufficio provinciale ordinamento sanitario che avranno come focus usb-stick, science hier durchaus kritisch. Wir wollen uns auch ständig verbessern, wir wollen diese veranstaltungen auch ständig attraktiver machen. Es sind nur sehr wenige items, die beantwortet werden müssen. Also bitte nicht vergessen, feedback abgeben. Danke, Christoph. Buona serata. Vi invito all'aperitivo con intrattenimento musicale per la serata informativa. Grazie a tutti. 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 Vielen Dank.